Am Freitag ist Papua-Neuguineas-Vulkan Manam ausgebrochen. Die Aschewolke stieg etwa 15 Kilometer hoch in den Himmel. Die Einwohner der Insel sind verzweifelt, weil Häuser, Wasserquellen und Nahrungsmittel zerstört wurden. Sie bitten die Regierung um möglichst rasche Hilfe. Es ist bereits die zweite Eruption in der Gegend innerhalb weniger Tage. Kürzlich erst brach der Ulawun aus und zwang rund 11.000 Menschen, ihre Häuser zu verlassen. Die Vulkaninsel Manam hat nur einen Durchmesser von etwa 10 Kilometern. Und der Vulkan gilt als einer der aktivsten in der Region.